Ich kann mich noch ganz genau erinnern, da muss ich fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Und da brachte unser alter Herr damals eine große Schatulle mit nach Hause und hat sie aufgemacht. Und da stand ich mit leuchtenden Augen vor einer Sensation, vor einem Messer, was nicht nur schneiden konnte, sondern auch ganz viele andere Funktionen hatte. Und das hat mich bis heute nicht losgelassen. Und ich denke, jeder, der heute irgendwo unterwegs ist, vielleicht im Schrebergärtchen ist, vielleicht mal im Urlaub unterwegs so eine Rucksacktour macht oder eben auch im Handschuhfach was liegen haben will, was jederzeit helfen kann, der sollte so ein Messer haben. Genau das Messer, so eins, stelle ich Ihnen jetzt vor. Ich würde mal sagen, bei uns ist es sozusagen die Alpentechnik, die wir Ihnen bieten. Es gibt einige Schweizer Hersteller, die sowas auch anbieten. Aber ja, genau, so ist es. Danke, Felix. Ja, lassen wir ruhig stehen, wenn es stehen bleibt. Und toll ist einfach, dass man normalerweise mal früher gesehen hat, was hat denn so ein Messer gekostet? Das waren ja Unsummen. Und da sind wir ja mal wieder typisch Pearl TV, dass wir Ihnen heute so ein wunderschönes Messer mit zwölf Funktionen insgesamt für einen Sensationspreis anbieten können. Ganz toll gemacht. Die Griffschalen hier sind komplett aus Vollaluminium, so ganz leicht rötlich eloxiert. Sieht natürlich auch super gut aus. Und jetzt sehen wir mal, was dieses Messer denn alles kann. Normale Schneide, dann haben wir hier eine Holzsäge. Dann haben wir hier zum Beispiel, wenn Sie beim Fischen sind, eine Raspel, dass Sie wunderschön die Fische entschuppen können. Ganz wichtig, sollte mal ein Felschen. Oh, die Glocke fiel um. Bumm. Dann haben wir natürlich wunderschön auch eine Schere dabei, wenn Sie mal ein kleines Fädchen zu lang haben oder irgendwas. Und natürlich dann, und das finde ich auch sehr gut, hier nochmal einen Dosenöffner. Aber wenn Sie mal irgendwann den Traum aller Camper öffnen wollen, nämlich mal eine Dose Ravioli, dann ist es eigentlich immer ganz wichtig, dass man wirklich auch einen Dosenöffner dabei hat. Auch der ist hier dran. Jetzt haben wir allein schon eins, zwei, drei, vier, fünf Funktionen, die an dem Messer dran sind. Hier sehen wir es wunderschön. Das ist der Dosenöffner. Den klappe ich jetzt auch mal wieder ein. Dann geht es weiter. Hier nochmal die Möglichkeit, einen Flaschenöffner plus ein breiter Schlitzschraubenzieher obendran. Auch der gehört dazu. Klappenwann mal weg. Und dann gucken wir mal weiter hier. Ganz wichtig natürlich, das Gläschen Chianti im Italienurlaub. Darf natürlich auch nicht fehlen, wenn Sie sich den irgendwo aus dem Supermarkt holen. Und die haben noch einen klassischen Korken, brauchen Sie natürlich auch einen Korkenzieher. Hier ist er. Alles inklusive. Dann haben wir natürlich noch Stechahle für Leder. Wenn Sie mal irgendwo am Leder was reparieren wollen, überhaupt kein Thema. Und natürlich einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja Moment, so ein Messer mit Alugriffen, allem drum und dran. Ah, der Glöck ist wieder da. Das ist doch schön. Dann habe ich tatsächlich hier wirklich zwölf in eins für einen Preis, der sensationell ist. Und zwar kostet das Messer unter fünf Euro. So, und jetzt sagen Sie, wie geht das denn? Leute, wie macht ihr das immer wieder? Ganz einfach. Dadurch, dass wir bei den Herstellern direkt einkaufen, haben wir natürlich die Möglichkeit, Ihnen die sogenannten Fachhandelsmargen eben erlassen zu können. Und deswegen können wir Ihnen Top-Qualität für so kleines Geld bieten. Wenn Sie jetzt sagen, ja, da habe ich einen Enkel, da habe ich eine Tochter, einen Sohn, die schon seit Jahren mit ganz großen Augen immer wieder solche Messer sehen in der Auslage bei solchen Fachgeschäften, dann langen Sie doch jetzt einfach mal zu, da füllen Sie sich selber mal den Traum von dem kleinen Allzweckwunder. NC 3544 und dann die 569 für unter fünf Euro. Genauso schön, wie es da steht, super scharfes Multifunktionsmesser für Camping, für Outdoor, für all die Dinge. Dann ist das in Belle die Iris, weil Sie wissen, wir liefern ja in 48 Stunden. Nicht gerade, wenn Sie am Samstagabend anrufen, der Sonntag dazwischen ist, aber unter der Woche haben Sie dieses wunderschöne Messer in 48 Stunden bei sich. Und da muss man doch echt mal sagen, Pearl TV, das ist echter Hammer. Ein wunderschönes Messer und ich kann es wirklich für jeden empfehlen, es ist klein genug, dass es in jede Rosentasche passt, es passt in jeden Rucksack, es passt vielleicht auch in jede Handtasche rein, liebe Damen, vielleicht haben auch Sie mal Lust, sich ein schönes kleines Multifunktionswerkzeug, in diesem Fall auch mit Messer zu besorgen und, ganz wichtig, 420er Edelstahl vom Werkzeug her. Das heißt also richtig massiv verarbeitet, da kann nichts passieren. Das Messer ist richtig schön scharf und das alles klein kompakt mit zwölf Funktionen. Und wenn Sie dann sagen, wo habe ich es her, vergessen werden Sie es wahrscheinlich nicht, steht es nochmal drauf. Pearl, da haben wir es. Sehen Sie es, www.pearl.de. Wir sind natürlich pearl.tv, aber unser Mutterhaus dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Aber wir können eben dieses Messer für unter 5 Euro anbieten. Wenn das nicht mal, wie Carsten immer so schön sagt, ein Schnapper ist, dann weiß ich es auch nicht. Und ich finde gerade so, wenn ich jetzt hier das Messer in der Hand habe, ich fühle mich da so zurückversetzt in meine Kindheit, wo ich immer dann so davor stand und sagte, darf ich auch mal anfassen, darf ich mal probieren. Und das ist unglaublich, was heute technisch machbar ist. Das Messer ist nun wirklich sehr schlank und klein, das heißt eigentlich wie ein ganz normaler Messerknauf. Und ich habe trotzdem zwölf Funktionen drin. Wenn Sie dann einfach mal sagen, vielleicht beim Camping, ah, da ist ein Ast, da ist zum Beispiel ein bisschen Holz, was ich gut als Brennholz benutzen kann. Dann haben wir hier unsere doppelseitige und doppelschneidige Klinge hier zum Holz schneiden. Schauen Sie sich das mal an. Das alles für unter 5 Euro. Dann natürlich hier die Außenkappen, wunderschön in Aluminium geriffelt, richtig robust gemacht. Da kann auch nicht viel passieren, rosten kann es auch nicht. Und insofern haben Sie hier ein wunderschönes Taschenmesser, was Sie wahrscheinlich auf dem Rest Ihres Weges begleiten wird. Und das finde ich eben schön, dass ich hier so ein tolles Taschenmesser für das Geld kriege. Und wie gesagt, großes Messer, Schere, Säge, Flaschenöffner, Flachschraubenzieher da integriert, Kreuzschlitzschraubenzieher, Korkenzieher, Dosenöffner, Nagelfeile mit Reiniger, haben wir übrigens auch noch mit drin. Dann den Lederdorn, den ich gerade angesprochen habe. Dann hätten Sie sogar noch die Möglichkeit, einen von den beiden als Segelnadel umzubauen. Und sogar der Fischentschuppe. Was wollen Sie denn mehr? Für unter 5 Euro mit praktischem Schlüsselring. Ganz klein, 9 cm lang, 25 mm breit und 17 mm in der Tiefe. Das passt zusammengeklappt in jede Hosentasche. 106 Gramm leicht und ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer, das ist die NC 3544569. Und dieses kleine Helferlein, wenn man das dabei hat, egal ob es im Urlaub ist, egal ob es eine Situation ist, und ich würde sagen, es ist mir gerade irgendwo eine Schraube locker gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, drehen Sie sie doch einfach wieder fest. Und das verschwindet ganz einfach am Schlüsselbund oder eben in der Tasche. Und so kleine und kompakte, ich würde mal sagen, Werkzeugkisten könnte man ja schon sagen, wenn Sie mal überlegen, das alles mal an Werkzeug, was wir da integriert haben, die Glocke ist nicht dabei, dann haben Sie hier den Vorteil, dass Sie mit zwölf Werkzeugen insgesamt eigentlich 95 bis 98 Prozent der Dinge erledigen können, für die Sie sonst normalerweise, rechnen Sie sich das mal durch, ein Schlittschraubenzieher, ein Kreuzschraubenzieher, ein Dosenöffner, ein Flaschenöffner. Das sind schon vier Dinge, da haben Sie den Hosensack schon völlig voll. Dann kommt ein vernünftiges Messer dazu, eine Säge, eine Ahle fürs Leder, eine Segeldorn mit dabei. Das ist also wirklich mal gesetzt, den Fall, Sie sind Segler, sind irgendwo im Urlaub unterwegs und sagen, oh, öselos gegangen, überhaupt kein Problem, können Sie eben durch das Segeltuch nachstechen. Das alles hier kombiniert in diesem kleinen Ding, finde ich schon unglaublich. Und wie gesagt, unter fünf Euro ist schon mal eine Ansage. Es rennt uns aus dem Haus, das war uns klar. Es ist sozusagen ein irgendwo auch Dankeschön-Produkt für Sie, dass wir Ihnen einfach mal sagen, komm mal, für kleines Geld geben wir unseren treuen und natürlich auch jeden Tag so vielen neuen Kunden die Möglichkeit, mal so ein schönes Messer zu besitzen. Du kommst übrigens wunderschön hier in dieser schwarzen Schatulle zu Ihnen nach Hause. Das heißt, wenn es denn doch mal in der Schublade verschwindet und Sie sind eben mal nicht mit dem Messer unterwegs, haben Sie einen wunderbaren kleinen Aufbewahrungskasten und können mit dem natürlich dann sicher sein, dass das gute Messer dann da staubgeschützt liegt. Und toll finde ich vor allem immer wieder, das hat mich damals schon fasziniert, eine echte Schere in einem Taschenmesser haben zu können. Man sieht hier wunderschön die Feder innen drin, damit die Schere auch wieder aufmacht. Hier sehen wir es wunderbar, ist also richtiger Gegendruck da und die ist auch sauscharf und das kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Ich habe nämlich hier mal eine meiner Modulationskarten und dann machen wir da jetzt mal Schnipp-Schnapp ab. Ach, jetzt mache ich mal was, was die Anne gemacht hat, das hat mir neulich ganz gut gefallen. Ganz witzig. Ich klappe einmal zusammen, um Ihnen einfach mal zu zeigen, dass das wirklich geht und dann überlege ich mir mal ein bisschen was. So, ich schnitz mal hier so ein bisschen rum und mache mal hier so nach da. Und Sie sehen, die ist richtig scharf, die Schere, da kann man perfekt mitschneiden. Das ist schon eine ganz tolle Sache. So, dann schneide ich mal ein bisschen da weiter. Ich habe noch keine Ahnung, was dabei rauskommt, aber die Schere schneidet wirklich gut. Und wie gesagt, das mit diesem kleinen Handwerkszeug ist doch schon überragend. So, ein bisschen hier noch rum, ein bisschen da noch rum und dann Raburik, Barbatrick. Können Sie auch ein bisschen was Lustiges machen. Sieht ein bisschen aus, irgendwie so eine Kochmütze im übertragenen Sinne. Wer weiß, wie es aussieht. Ganz gut gelungen. Aber das alles kann ich mit dem Messer machen. Toll ist, dass ich es auch so geschnitten habe, dass ich auf meiner Moderationskarte tatsächlich nochmal die Artikelnummern auch den Preis lesen kann. Nämlich die NC 3544 und die 569. Und das alles für unter 5 Euro zu Ihnen nach Hause. Was wollen Sie mehr? Langen Sie zu. Bestellen Sie einfach. Vielleicht haben Sie auch wirklich ein paar Enkel, wie gesagt, oder Kinder, die sagen, wow, das möchte ich schon lange haben. Erfüllen Sie doch einfach mal Kinderträume. Und wenn man den Kiddies gerade heute den vernünftigen Umgang mit so einem Messer auch erklärt, dann kann da auch nicht viel passieren. Normalerweise sagt man ja, ja, die Messerschere, Gabel, Licht sind für kleine Kinder nicht. In diesem Fall sage ich Ihnen so ab 8 bis 9 Jahren. Ich hätte das toll gefunden, wenn ich mal so ein, wirklich so ein Werkzeuggeschenk gekriegt hätte, so ein Messerchen. Das ist schon mal ein ganz tolles Geschenk. Speziell jetzt vielleicht mal zu Ostern. Kleine Überraschung, passt wunderschön ins Osternest. Und dann kann man das wunderbar mit einbauen. Also, bestellen Sie sich ein Messer, vielleicht auch zwei oder drei, vielleicht haben Sie ein paar mehr Leute. Ist übrigens auch immer mal ein schönes kleines Geschenk. Also, ran ans Telefon und immer gut Schnitt.